Puh, ähm, wie so ein kleiner Honey-Bow. Bon, jo, meine Freunde der Leichen- und Zeichenunterhaltung. Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Ganz gechillt Virtual Reality. Ganz gechillt Virtual Reality. Ich kann das nicht. Wenn es euch gefällt, lasst ein Down-Home-Da, dann gibt es die nächste Folge natürlich schon morgen ab. Wie viele Likes betteln wir? Steffi, was sagst du? Die wohnt hier unter dem Tisch. Steffi, 12.000, 15.000, 15.000. Dann gibt es natürlich die nächste Folge von Auto-Mechanics schon morgen und dann hustle ich das mal durch. Denn ich habe schon mal einen Kommentar gesehen, da wurde mir gesagt, hör auf, so viel Scheiße zu labern, du fette Missgeburt, spiel das Spiel mal, du fette Missgeburt und, äh, fette Missgeburt. Also auf jeden Fall Daumen hoch an die Kommentarschreiberin, hat mich kaum getroffen. Aber ist okay. Ja, meine Güte, es geht weiter jetzt mit dem Auto-Mechaniker-Simulator und da sollten wir bald, glaube ich, auch mal durch sein, obwohl wir ein bisschen erst über die Hälfte sind. Bis dahin. Tschüss. Viel Spaß, dir, also. Ja, nicht tschüss. Viel Spaß. Okay, Entschuldigung. Manchmal dreht es sich einfach mal ein bisschen mit mir durch. Warte, ich muss mal kurz hier nochmal. Ist das alles okay? Ja, okay, das blinkt zwar, aber das ist alles noch okay. Boah, wir nehmen ja schon richtig lange auf. Das war jetzt nur ein Job. The fuck? Oh, ja, das Job, also der Auto-Mechaniker, ist auf jeden Fall sehr lang. Wir machen auf jeden Fall nochmal hier ein bisschen bisschen so ein. So, wie kann ich denn schon wieder überfallen werden? Okay. Okay, ich mach einfach. Ähm. Rot-Dick. Wollte der irgendwas noch haben? Der kriegt noch, äh, der kriegt noch, ähm, ne? Ja, ja, ja. Lichter kriegst du auch. Guck hier, schön fancy. Ich mach das gerne. Du bist mein bester Kunde, als ich damals noch auf dem Dings gearbeitet hab, weißt du es noch? Da, wo ich dich so eingeloggt habe. Fuck. Komm. Es gibt's doch nicht. Es gibt's nicht. Es gibt's einfach nicht. Es gibt's einfach nicht. Plutonium. Fick mit dem. So ein schweiß Plutonium. Was machen eigentlich? Dö, 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 dö. Die Waffe gegen den Räuber. Fick. Fick. Das da. Zeigefinger dich. So, warte, dann tue ich das mal weg. Ähm, Fluid. Ja, mach ich natürlich. Äh, hab ich das vergelst? Ne. Guck mal, wie lebe ich zu dem bin, ne? Left, back. Ah. Umgedreht wie ein Meister. Komm mal her. So, kriegst du natürlich jetzt dein, ähm, äh, dein Gas noch. Oh, schon wieder. Einmal kurz mit dem Finger vielleicht. Pff. Da war Dreck dran. Haben sie das gesehen? Das ist mein, äh, das Spucke, jetzt neuzeitmäßig. Da muss man dann einmal dran spucken, damit es halt da durchgeht. Verstehen sie das? Das ist, ähm, nämlich sehr dickflüssiges, äh, Benzin, was wir hier haben. Und nicht, dass sie noch denken, äh, das würde jetzt nicht funktionieren. Let's wrap this up by giving me a new license plate. Now just to really drive home that you need new luck. Ich mach voll. Noch einmal kurz vorher. Vielleicht noch ein bisschen hier so. Ja, das ist schon, schon kurz nochmal. Oh, ich weiß nicht, was passiert ist. Oh, es tut mir aber leid. Also es ist fürs Interieur noch ganz schön. Kann ich den Rollwagen kotzen? Nee, warte, komm ich nicht. Weg. Nee, immer noch nicht. Ey, das gibt's nicht. Ich will, ich will mal eine Kombo haben jetzt. Einmal. Zweimal. Nee, nee, immer noch nicht. Es gibt's nicht. Wie oft die Dinge einfach auf der Seite rumrollen. Billy, siehst du das? Siehst du das? Dich treff ich immer. Du bist mein Kumpel. Halb. Check, Mittel. Genau. So, jetzt aber langsam musikmäßig hier. Wir müssen mal ein bisschen kurz... Das ist mein Ding. Was ist das? Simulation. Ah, der labert wieder. Nee. Yeah, wieder Dead Adam. Yeah. Und ich splurfe meinen J. Kleiner Remix hier mit meinem Roboter-Freund. Ich splurfe meinen J. Ja. Was ist los? Ich verstehe. Nichts mehr. Splurfe den J. Yeah. Wie sonst nichts mehr. Ich bin einfach nur... Nichts. Schade. Okay. Hat funktionieren können. Mach'n kleiner Splurfe meinen J. Remix. Remix schmelze. Guck mal, gib dir noch Gas. Nice. Nice. Oh, das ist ein Auto. Hier und damals, ne? Wauw. 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 Und dann kam... Wauw. Musik. Und dann sind wir mit dem Beifahrter, dann haben wir gesagt, ja komm. Lass mal ein Bildschirm. Geht aber ab hier wieder jetzt. Lutz, mach mal zu. Was brauchen wir? Äh, Front. Krieg' mal. Mach' mal hin. Komm ran. Findet es. Findet es. Wie möchtest du jetzt zuhause aufstellen, ein bisschen mit ernst. Funktioniert sonst halt nicht mehr. Wechselt ist eigentlich immer noch die Farbe, wenn ich rede die ganze Zeit? Digga, übel zwar. Der Adam-Flow. Übel anstrengend bestimmt, oder? In der Facecam. Dass ich immer hier so ein krankes Licht hab? Aber lustig. Wusste ich nicht. Yeah. Ein Jeep. Mit mir. Da wär's mein Beat Jeep. Achso, ja. Achso, nee, das sollte ich nicht machen, ne? Das ist ja alles, das funktioniert ja alles. Vielleicht aber auch bald nicht mehr. Denn ich bin ein fieser kleiner Junge. Ein kleiner Junge, der vieles kaputt macht. Ein Junge, der manchmal... Nee, eigentlich nix macht's noch. Wir haben ein bisschen Elektrizität und Öl. Das verträgt's noch alles. Öl nachfüllen kann man. Weg. So. Ähm. Nummernschild. Mach ich hier gerne. Weg. Ganz schöner Müll, ne? So. Gifts war das, ne? Leicense. Machen wie ich... Machen wie ich... Machen wie ich klargemacht. Ach, das ist mein Name. Jobbot. Too fast for you. Was gibt's noch? Sili... Silikon. Das hört sich an wie mein Nummernschild. Fatz. Und höchstwahrscheinlich nur mal hinten, ne? Ich kann's nicht. Ich mach's fertig für dich. Wenn du so fahren kannst... Ist der Motor vorne eingesackt? Äh... Das ist sehr günstig. Aber das ist auch okay. Ich hoffe sehr. Ihnen hat unser Angebot gefallen. Und äh... Sie freuen sich so sehr, wie ich sie zu sehen. Ich zeig Ihnen das noch mal ganz kurz. Wie sehr ich mich freue, sie zu sehen. Denn äh... Es gibt eine Sache... Ooooooh! 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 Scheiße. Wird ein bisschen teurer grad. Hier. You never saw me, all right? Nee! Aber überweisen, ne? Gucken, kommt der raus? Der hat keine Batterie. Guck mir mal. Passt da noch ein anderer Job rein jetzt hier? Zumindest von der Aufnahme der Kamera? Nee, passt glaube ich nicht mehr. Dann beende ich das jetzt erst mal an der Stelle. Für mich, aber ihr kriegt noch ein, ich höre das noch, warte, ich mache noch ein Rap draus am Ende. Yeah. Okay, ich mache Schuss-Rap noch draus. Wir sehen uns aber auf jeden Fall beim nächsten Part wieder. Lasst schon mal ein Like da, was euch gefallen hat. Ah, nice. Okay, warte, ich lege die Hände weg. Freestyle, ja, komm. Yeah. Yeah, komm. Okay, komm. Jetzt kommt's, okay, das ist mein Sliff und mein Jay-Remix jetzt. Okay, komm. Jetzt geht's los. Yeah, was ist mit dir? Du bist voll. Yeah, emotionally broken oder so, ich versteh's nicht ganz. Yeah, voll dabei. Du spliffst den Jay. Ich weiß nicht, way. Den kenn ich nicht, den Way. Yeah. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Nee. Dann lasst mal einen Daumen knallen. Ey. Splifft man kein Jay. Yeah. Drogen nicht so okay. Hey. Aber es ist ein gutes Lied. Way. Und das wird sein Jay. Komm her. Ich dachte, du singst jetzt. Scheint aber das Solo zu sein. Dann stinkst du jetzt. Yeah. Das nächste Video kommt bestimmt. Wir machen das alles mechanisch fertig. Und jetzt sing. Danke. Aha, aha. Was auch immer, du singst. Ich versteh's nicht. Ja. Yeah. Emotional here oder so. Backup Sänger. Scoop. Ah. Emotional, Leo. Ha? Mhm. Ja, I emotion you auch, ne? Gut. Bis zum nächsten Mal, Leute. Lasst mal nach oben da, ihr kennt das Ding. Wenn's euch gefallen hat, geht's nach oben und dann werde ich auch definitiv mehr rappen oder nicht rappen, was ihr wollt. Ich mach immer das, was Menschen von mir wollen. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Fahr mit der Grundrast aus. Fahr mit der Grundrast aus. Nice. 機brain.